Hallo da draußen! In diesem Video des Orange & Black Python Crash Kurses gucken wir uns zwei fortgeschrittene Techniken an in Bezug auf Funktionen und deren Parametern, die uns Python anbietet. Praktische Anwendungen werden die finden in einem der nächsten Videos, in dem wir uns grafische Benutzeroberflächen angucken. Also so mit Fenstern und Buttons, so wie man sich ein Programm in der Regel vorstellt. Also um genau zu sein, werden wir uns heute angucken, optionale Parameter, also Parameter, die man einer Funktion mitgeben kann, aber nicht muss, die im Zweifelsfall einen Standardwert haben. Und wir werden uns ansehen, wie wir Funktionen selbst als Parameter für eine andere Funktion mitgeben können. Und das sind beides ganz praktische Techniken. Gucken wir uns die jetzt also mal an. Als erstes die optionalen Parameter. Also wir haben hier eine Funktion und wir sehen, die gibt hier alles mögliche aus. Sollen dann Adressdaten sein, die ausgegeben werden. Und die hat natürlich alle möglichen Parameter hier. Einmal Name, Stadt, Straße, Nummer. Und das sind auch ganz normale Parameter, so wie wir die bisher kennengelernt haben. Dann aber die nächsten zwei hier, Land und Anmerkung, haben hier noch so ein Gleichzeichen dahinter und dann hier einen Wert. Und das sind optionale Parameter. Wenn die also nicht gesetzt werden beim Funktionsaufruf, dann nehmen die eine Art Standardwert an. Und das ist natürlich genau der, den wir hier angegeben haben. Das heißt also, diese Funktion geht erstmal grundsätzlich davon aus, dass unsere Personen, die wir hier mitgeben, aus Deutschland kommt. Außer man gibt es eben spezifisch anders an. Und hier so eine Anmerkung, die kann man auch mitgeben, muss man aber nicht. Und wenn man die nicht mitgibt, dann ist die halt einfach hier so ein leerer String. Also es gibt dann keine Anmerkung. Gut, also wenn wir diese Funktion jetzt aufrufen, was passiert dann genau? Wir haben hier einmal so Striche und so eine leere Zeile davor. Also wir wollen hier so eine Art, das haben wir hier unten dann auch nochmal. Die leere Zeile dann am Ende. Das heißt, wir wollen einmal unsere Ausgabe hier so eine Art Block formatieren und den dann von anderen Blöcken abtrennen. Und dann wird da einfach hier der Name ausgeben der Person. Dann schreiben wir hier Wohnhaft, Doppelpunkt und dann die Stadt, die wir angegeben haben, die Straße und deren Nummer. Dann das Land, was standardmäßig Deutschland ist und dann noch eine Anmerkung, die standardmäßig leer ist. Aber wir können sie eben auch mitgeben. Und hier unten rufen wir die Funktion dann auch direkt auf. Dann können wir uns jetzt mal ansehen, wie solche optionalen Parameter am Aufruf der Funktion aussehen. Dann haben wir die Person, die heißt Agathe Bauer und die lebt in Berlin, in der Willy-Brandt-Straße Nummer 1, um genau zu sein. Und das Land ist Deutschland. Deshalb geben wir hier gar kein Land an. Sondern was wir tun, wir schreiben hier in Anmerkung, gleich spielt gerne mit Sekundenkleber. Das haben wir also hier. Das heißt also, den Parameter Land haben wir hier komplett übersprungen. Den lassen wir auf dem Standardwert Deutschland stehen. Was wir aber verändern wollen, ist hier die Anmerkung. Und dafür schreiben wir einfach den Namen des Parameters hin, welchen wir ändern wollen. Also in diesem Fall Anmerkung und sagen dann gleich, spielt gerne mit Sekundenkleber. Ansonsten aber eben wie jeder andere Parameter auch. Wir hätten jetzt auch hier diese Anmerkung weglassen können. Dann hätte aber Python natürlich gesehen, okay, hier das spielt gerne mit Sekundenkleber, ist jetzt hier der Parameter, der nach der 1 kommt, beziehungsweise halt nach der Nummer. Das heißt, er hätte jetzt hier spielt gerne mit Sekundenkleber als Parameter für das Land interpretiert. Da wir aber eben diesen Landparameter ausgelassen haben, müssen wir hier direkt sagen, okay, wir wollen jetzt ganz speziell den Anmerkungsparameter ändern. Wenn wir eh alle Parameter mitgeben wollen, dann können wir die optionalen Parameter auch behandeln, wie jeden anderen Parameter auch. Also wir sehen hier, rufen die Funktion nochmal auf. Diesmal mit dem Herrn Avonzebauer. Und der kommt aus New York, lebt in der Fifth Avenue, 725. Das ist in den USA und der hat kleine Hände. Hier haben wir jetzt also wirklich alle Parameter mitgegeben. Und dann können wir uns auch sparen, hier anzugeben, welchen Parameter wir genau ändern wollen, da wir eh hier einmal in der richtigen Reihenfolge alle Parameter angegeben haben. Wenn wir hier aber eben nur einen oder auch mehrere der optionalen Parameter angeben wollen, aber eben nicht alle, dann müssen wir genauer spezifizieren, welchen wir hier genau verändern wollen. Das sind auch schon die optionalen Parameter. Jetzt gucken wir uns an, wie wir Funktionen als Parameter übergeben können. Das kann nämlich auch sehr praktisch sein. Also das Ziel wird sein, dass wir nicht wie hier oben Strings oder Integer als Parameter mitgeben, sondern Funktionen. Also bisher können wir eben Strings, Integer und solche Sachen mitgeben. Wir können auch Objekte als Parameter mitgeben und jetzt dann gleich auch Funktionen. Denn es stellt sich heraus, dass technisch gesehen Funktionen auch nur Objekte sind in Python. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, das ist nur eine technische Sache. Gucken wir uns an, wie genau das dann funktioniert. Hier haben wir also die Funktion Liste durchlaufen und hier zwei Parameter. Da haben wir den Parameter Liste und dann noch den Parameter Funktionen. Und natürlich wollen wir hier bei dem Parameter Liste eine Liste mitgeben, die dann vermutlich durchlaufen wird und dann noch eine Funktion. Also einmal machen wir hier wieder so einen Block, das heißt unsere ganze Ausgabe wird hier wieder abgetrennt sein von den anderen Ausgaben, dass wir die schön unterscheiden können. Und dann haben wir hier so eine Vorschleife. Und diese Vorschleife wird einmal alle Elemente in der Liste, die wir hier im Parameter mitgegeben haben, durchlaufen und dann dafür hier diesen Funktionskörper ausführen. Und hier wird dann die Funktion aufgerufen, die wir hier oben mitgeben haben, und zwar auf jedes einzelne der Elemente. Das heißt also, was genau hier mit den Elementen gemacht wird, das steht noch gar nicht fest. Das legen wir erst fest, wenn wir die Funktion dann wirklich aufrufen und hier eine Funktion mitgeben. Was könnte das also zum Beispiel sein? Hier haben wir zwei Funktionen. Als erstes hier die Verdoppeln-Ausgeben-Funktion. Die kriegt einen Parameter, hier Zahl, und dann soll die einfach die Zahl verdoppeln und dann ausgeben. Das heißt also, wenn wir jetzt hier bei Liste durchlaufen die Funktion verdoppeln und ausgeben, als zweiten Parameter mitgeben, dann wird jedes Element in der Liste hier erst verdoppelt und dann ausgegeben. Also hier bei Quadrieren und Ausgeben würde dann hier die Zahl quadriert werden. Also das hier heißt Zahl hoch 2, diese zwei Sternchen, und dann ausgegeben werden. Eine Beispielliste haben wir hier unten. Das ist einfach die hier, einmal die Zahlen von 1 bis 10. Und dann rufen wir hier Liste durchlaufen auf, einmal mit dem Parameter Liste und verdoppeln und ausgeben. Dann würde also jetzt hier erstmal für jedes Element aus der Liste diese Schleife hier aufgerufen werden. Die Funktion ist verdoppeln und ausgeben. Das heißt, unser erstes Element wäre die 1. Wird dann verdoppeln und ausgeben gegeben. Wird verdoppelt und ausgegeben. Dann wird das nächste Element genommen, das wäre die 2. Das wird hier an die Funktion geben. Wird verdoppelt und ausgeben und so weiter und so fort. Wenn wir aber nicht verdoppeln wollen, sondern quadrieren, dann rufen wir einfach nochmal Liste durchlaufen auf. Wieder mit Liste. Aber diesmal mit quadrieren und ausgeben. Das heißt, einmal bekommen wir hier die Ausgaben 2, 4, 6, 8 hoch bis 20. Und das andere Mal würden wir die Ausgaben bekommen 1, 4, 9, 16, 25 und das Ganze hoch bis 100. Gucken wir uns das jetzt mal an. So, nochmal hochscrollen. Dann haben wir also unsere Agathe Bauer, die ist wohnhaft in Berlin. Der will die Brandstraße 1, um genau zu sein in Deutschland. Spielt gerne mit Sekundenkleber. Und die optionalen Parameter waren hier eben Deutschland, die wir nicht mitgegeben haben. Deshalb wurde einfach der Standardwert genommen. Und hier die Anmerkung. Und dann gibt es noch den Avonze Bauer, wohnt auf den New York, 5th Avenue, 725 USA. Und der hat keine Hände. Dann haben wir hier jetzt noch unsere beiden Listen ausgegeben. Einmal jeweils verdoppelt. Und einmal quadriert. Also nochmal zusammengefasst. Optionale Parameter, denen geben wir einfach einen Standardwert mit, damit man sie eben nicht angeben muss. Und obwohl sie nicht angegeben wurden, hat man dann immer noch einen Wert, um den in der Funktion zu verwenden. Und danach, wenn wir die dann wirklich alle angeben wollen, wirklich alle angeben wollen, dann können wir sie einfach benutzen wie ganz normale Parameter, wie hier unten. Wenn wir aber nur einzelne davon setzen wollen, dann müssen wir eben genau sagen, okay, ich möchte jetzt hier den Parameter Anmerkung setzen. So wie hier. Und Funktionen als Parameter sind auch ganz einfach. Wir definieren uns einfach eine Funktion, wie hier. Und dann können wir einfach mit dem Namen der Funktion diese mitgeben an eine andere Funktion. Also wie hier. Das wäre dann hier die Funktion. Und dann können wir die Funktion, die mitgeben wurde, auch einfach so benutzen. Wir nehmen hier den Namen des Parameters, schreiben den hin und können einfach in Kammern dahinter dann die Parameterliste machen. Und so die Funktion aufrufen, die hier mitgegeben wurde. Worauf wir natürlich auffassen müssen, ist, dass die Funktion, die wir hier definieren, genau die Parameter erfüllt oder genau die Parameter hat, die dann hier auch mitgegeben werden, wenn die Funktion aufgerufen wird. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch. Und ansonsten bis zum nächsten Video von Orange on Black.